Wir, die Kreisstadt Dietzenbach, betreuen Kinder in Krippe, Kita und Hort mit unterschiedlichen pädagogischen Konzepten. Diese Vielfalt ist unser Plus. Besonderen Wert legen wir auf eine gute Ausbildung unserer zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Anfang der Ausbildung hat man nicht so viel Verantwortung und lernt erstmal den Tagesablauf kennen, übernimmt kleinere Aufgaben und dann übernimmt man auch kleinere Gruppen im Laufe der Zeit und macht mit denen Angebote und angeleitete Spiele. Nach meiner Ausbildung kann ich im Prinzip entscheiden, ob ich hierbleiben mag, in eine andere Altersgruppe gehen mag. Das ist uns eigentlich komplett freigestellt. Als Auszubildende schätze ich, dass ich die Möglichkeit habe, einen positiven Einfluss auf das Leben junger Menschen zu haben. Wer hier seine Ausbildung machen möchte, braucht Empathie. Man darf auch nicht vergessen, wir arbeiten hier auch im Team. Also Teamfähigkeit gehört auch dazu. Möchtest du bei uns und mit uns deine Ausbildung absolvieren, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Also Teamfähigkeit gehört auch dazu. Jops around.